Das ist wichtig. Fünf Erz haben wir schon wieder, ist nicht schlecht. Ich glaube neun brauchten wir für die Tier-3-Skills. Was machst du? Du hast fünf Erz, ich hab sechs Erz. Hä? Hast du wieder deine Pickaxe aufgesammelt, du Schummler? Nein. Diesmal hab ich keine. Was ist ein Cheating, Alter? Ich weiß nicht, wo die herkommen. So, einmal zur Fountain noch und dann geht's weiter, wir haben gar keinen Aufzug hier, ne? Nö, zieh nicht so aus. Ich weiß nicht, ob jetzt schon oder erst als nächster, äh, übernächster, der Boss kommt. Ich glaube, wir haben noch eins Zeit. Oh, jetzt ist noch ein Boss, ey. Könnte man das auch mit dem Paladin machen, weil du blockst ja Pfeile. Ja, das blockt auch die Pfeile. Das heißt, du stellst dich davor und ich stell mich hinter dich. Ja, quasi. Das ist ja krass. Ja, toll, jetzt haben wir auch keinen Bronzeschlüssel, ey. So eine Scheiße aber auch. Die billigste Schlüssel, wir haben nicht. Okay, eins ist noch. Jetzt kriegen wir bestimmt deinen Bronzeschlüssel. Uah, ist ja eklig. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Übertreibt, Alter. So, kannst du stunnen? Nee. Oder? Weiß ich gar nicht. Vielleicht hab ich ein Item. Du kannst stunnen, oder? Kann ich. Ich weiß es nicht. Ach, das ist auch nicht. Einer von uns beiden kann stunnen. Ich hab grad den Schamanen in der Falle gesehen. Das war sehr gut aus. Ich hab ihn leider nicht gesehen. Ah doch, ich kann stunnen. Cool. Ja, das war das neue Item, was ich gerade eben irgendwo bekomme. Also mein neustes Item, quasi. Ich hab da keinen Bock durchzulatschen. Ich verstehe nicht, wie man hier durchkommen soll. Mit einem Paladin. Der ist halt absolut nichts da unten. Na, ich wollte gucken, ob die hässlichen Pichern wieder rauskommen. Oh Gott. Ja, nee, ist klar. Gönn dir. Schönst dann. Sehr gut. Au. Uh, level up. Kriegen wir eine Sonneaufbauung. Ich hab keinen Level Up. Finde ich gemein. Ich hab auch mega viel gespielt, Alter. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich so viel gespielt habe. Aber ich hab nur ein paar andere, also den Paladin hauptsächlich so ein bisschen angespielt. Die Magie hab ich jetzt, hab ich jetzt so gar nicht gespielt. Also hier ist ein Aufzug schon mal. Nice. Na, ich hab's nur mit dem Sorcer hab ich halt den Dingste killt, den Stein geholt, um den Klassentitel zu kriegen. Aber ansonsten gefällt mir auch wirklich gar keine Klasse. Vielleicht ist man mit dem Sorcer, äh, mit dem Sorcer, ähm, doch, Warlock ist schon richtig. Der Warlock und der Thief und der Priester ist halt anders. Vielleicht gefällt mir die ja. Ne, Warlock hast du von Anfang an. Das war der Blitztyp. Achso, ähm, Wizard, nicht Warlock. Einer zwei Boss, euer Ernst? Schön noch mit dem Schamanen-Boost. Ja, was sonst? Ich weiß nicht, ob wir irgendwo ne Fountain hatten. Ich glaube fast nicht. Ich weiß ja nicht. Hast du auch schon einen gekillt? Hm. Oh, schwirr ist es nicht. Mag dieses Rätsel nicht. Das ist Elektro- Das ist Elektro jetzt rechts. Achso. Rechts unten. Hm. Ja. Snack du die Orange. Snack, snack. Hm. Ich lock mal mich da an. Wobei ich ehrlich zugeben muss, dass ich der Orange nicht unbedingt vertraue. Was tust du? Der Orange vertraue. Der war doch gestunnt? Du Lappen, äh. Oh, das sind noch so viele Gegner. Alter. Kriegst du da noch was angelockt? Wahrscheinlich nicht, ne? Warte, warte, doch da ist was. Alter, ich komme und kriege direkt einen Pfeil in die Fresse. Der Lappt halt ein bisschen zurück, dann sollten die ja nachkommen eigentlich, oder? Ja, das hat einen scheiß Spawn da hinten. Wobei, jetzt ist das jetzt eigentlich gehen. Ja, na klar. Na, das ist nicht Spawn. Ja. Bin sofort da. Ich glaube nicht. Ich bin gerade schön mit meiner Nova reingecharged. Oh, so eine Fountain, echt ein Traum, Alter. Hm. Ich habe nur noch eine Dingensin. Eine Flask, ja. Ich bin noch bei zwei. Scheiße, ja. Aber ich hatte auch gerade echt Glück, dass mich nichts erwischt hat. Ist bei dir noch irgendwas Interessantes? Ähm, ne, war nur noch eine Herz extra gewesen. Ja, gut. Toll. Als nächstes kommt der Bossgegner. Und ich habe nur noch eine Flask. War in dir wirklich nichts mehr, ne? Da ist nichts, ne. Da war nur Geld. Okay, rechts haben wir noch ein bisschen was. Vielleicht haben wir da noch. Ist auch noch. Haben wir ein wenig Leben, das ist voll ätzend. Mhm. Wo meinst du mal das Rätsel machen? Ach so, das wieder. Ah, ich dachte, es wird dieses Energierätsel. Okay. Ja, wir machen. Ja, ich weiß auch nicht. Ops. Ne, verkackt. So will ich das nicht haben. Geil, dass du jetzt kommst, du scheiß Key. Unnötiges Rätsel. Oh Gott. Oh Gott. Au. Ah, du hast der Weg noch unten. Ich will nicht. Vorne Fountain. Gibt es keine mehr. Ja, wir haben ja das Rätselschütz. Zwei Erz mal mitgenommen. Neun Erz. Nice. Gut, dann lass die Erz mal abgeben. Jo. Wobei, wir brauchen den ja gar nicht vor dem Boss gegen den jetzt. Ehm, nach eins nach oben. Ach stimmt, ja, wenn der Boss gegen eins kommt. Wenn du dir sicher bist, dass der kommt. Na, wir können aber trotzdem hingehen. Ich würde das Heil-Item da unten haben. Scheiße Gift. Das ist nur ein Apfel. 3.300 Gold. Ja, 2.700 Gambo an. Das ist schon mies. Ich will nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe am letzten zwei Tränke gebraut. Können wir nachher das Erz, was wir bekommen haben, noch abgeben. Mhm. Okay, ich bin full live. Oh, ich auch. Ich habe so keine Lust, Alter. Ah, okay. Bleibt uns keine andere Wahl, ne? Hm, nicht so. Wir könnten aufgeben und sterben, aber das bringt uns auch nicht so viel. Das ist ja langweilig. Wenn er dich verfolgt, ist es okay. Findest du. Ja, das war gerade nice. Der hatte so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, ähm, Sporn hinter sich stehen. Die Viecher schießen direkt an dir vorbei, Alter. Die zielen nicht mal auf dich. Das ist ja mies, Alter. Die gehen davon aus, dass du ausweichst. Richtig. Ja, die schießen direkt auf, an dir vorbei. Richtiger Bitch, Mo. Weißt du, musst einfach, ähm... Einfach stehen bleiben, wenn ich beschießen. Klappt halt immer, weil sie nur bei einem. Oder halt in einer geraden Linie vorhin weglaufen. Ah, nein, 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 nein. Oh Gott. Nein, 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 geh weg. Hast du sogar gedodged? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war einfach weit genug weg. Geh weg von mir. Lass mich in Ruhe. 1.700 Leben noch. Die Pfeifern alle schießen direkt auf dich drauf. Hm. Ey, musst du echt allem dodge, ist ja so krank, ey. Ja, ich gucke doch gerade gar nicht mehr, wo ich hinschiebe. Ich versuche nur zu dodgen, gerade. Du musst halt echt in... Ich hoffe, Alter. Alter, er ist ein legendäres Item. Oh ja. Wow. Medusas Charme. Gegner, wenn ich angucke, bewegen sich. Ach, das hast du auch, ja? Medusas Charme? Ja. Okay, lass mal die beiden Ärzte wegbringen. Aber ich habe keine Flasken mehr, Mann. Ist das scheiße? Ich auch nicht. Guck dir meine Leben an. Schon nicht die Traps jetzt alle durchlaufen? Ja, am besten jetzt zu sterben. Ja, vielleicht gibt es ja noch einen Apfel drin. Nö. Ah, jetzt haben wir es gerade noch mal wegbringen können. Nein, ist egal. Na, das ist ein bisschen Gold. Wir überleben uns, glaube ich, gerade so, wenn wir das verlieren sollen. Ich denke auch, dass wir gerade so nicht überleben werden. Käse. Hol dir einen Käse. Käse. Komm, man sieht sich leben. Ja, nice. Das ist schon mal ein schöner Beginn hier. Naja. Gammel Käse. Wollen wir... Warte, warte, versuch mal rechts die Gegner zu kennen. Oh, klar, lauf weg. Ich habe nicht genug mal entschieden. Na, ich würde ja auch nicht, ich würde ja auch nicht durchlaufen. Ich weiß nicht, wie Schaden das Feuer macht. Okay, aber hier ist mega wenig Platz. Wow. Okay, doch nicht. Ich dachte, wir werden viel mehr Gegner. Ja, habe ich das auch mitgerechnet. Die kommen erst da unten. Hier, meinst du? Ja, gut. Ach, guck mal. Ja, das ist Medusa's Blick, die Menschen haben. Ich glaube, die sind versteilert, ne? Alter, ist ja krass. Wisst du das, wie langsam die sind? Alter, lauf mal nicht in die Gegner rein. Das ist ja voll übertrieben. Ups. Na ja, shit happens, ne? Das ist nice. Wow, sind ja viele Pfeile. Ach, genau, das sind die Däscher. Die haben einen Charge-Stil, komischen Ritter. Die können chargen. Nice. Die Statue nicht angreifen. Oh Gott, ich hasse diese Statue. Du kannst doch mal eingreifen, um zu gucken, was da passiert. Wow. Ich komme aber nicht zur Statue. Ah, das sind Spawngebäude. Jetzt verstehe ich das Ganze. Hier, die Geister. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan von diesen Geistern, weil manchmal kann sie einfach nicht angreifen und sie machen so ein Damage. Ich weiß nicht, ob du das Gebäude kaputt machen kannst. Ich habe keine Ahnung. Schießen die Ernsthaft durch... Die schießen durch... Dings durch, die ich wende die Penner. Wirklich. Ach, guck mal, die ziehen mir normal ab. Das ist gar kein Damage, den wir machen. Die Geister ziehen, die normale. Die Geister ziehen, die normale hat. Trotzdem nervig. Für dich ja, auf jeden Fall. Ich habe trotzdem mal so ein Ding kaputt zu machen. Aber ich glaube... Hä? Nein, die schießen nicht nur, um Maler abzuziehen. Alter! Ach, du bist gestorben, okay. Ich dachte schon. Ich weiß nicht, wie man die Dinger... Ich glaube, man kann die gar nicht kaputt machen, oder? Ich bin das in das Menü zurück. Ähm, weiß nicht. Heftig. Hast du been kicked? Du bist gekickt worden? Ich bin aus Versehen in das Menü zurückgestattet. Ach so. Ach, ich komme wieder. Oh, ich habe es ja eigentlich nicht. Du brauchst mich nicht. Okay. Ach so. Dann Tier 3, ne? Ah, ich habe jetzt immer noch kein Level gehabt. Das ist nervig. Ich hätte gerne die Winter Orb gehabt. Glaube ich dem. Aber... Bin ich absolut dafür. Aber ist mir... Nicht gegönnt. Oh, es ist so schwierig, auch wenn ihr skillen würdet. Weil alles so cool ist. Ich nehme erst mal einen neuen Skill. Wie kann ich den anderen Skill benutzen? Mit E, oder? Njuu, kleiner Wirbel. Alter. Njuu. Nicht schlecht. Njuu. Können wir jetzt mit Hannover und dem Ding reinchargen, du? Auf jeden Fall. Ich könnte mir nochmal 5% Dodge geben. Oder ich warte auf meinen Bow and Arrow. Fehlt mir noch ein Punkt. Ich nehme euch 2 Schaden mehr und ich kann durch 4 Gäner durchschießen. Ja. Oh, mein Move-Mezid ist um 5% weniger verringert, wenn ich mich bewege. Das ist ja auch geil. Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Okay. Alter, hier. Bam. Ist ja mega fett. Ich rüste meine Weapon-Damage auf. Naja, schön plus 5 dazu. So. Ähm. Jo. Danke fürs Zusehen. Wieder einen Lagen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Heroes of Overwatch. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.